Was geht ab mit You? Ihr seid wieder Belift Your Up. Wir befinden uns tatsächlich im letzten Video der Goku Trainingsreihe. Wenn du noch nicht weißt, was der Goku Trainingsplan ist, mit dem ich mich für den Insanity Meet, der jetzt in einer Woche stattfindet, vorbereitet habe, dann schau mal hier in der Infobox, da gibt es eine komplette Trainingsreihe, eine komplette Playlist zu. Auf jeden Fall ist das ein Trainingsplan, den ich für mich selbst erstellt habe, für meine generelle Trainingsplanung. Und ich habe den so umgebaut, dass ich den Plan euch zur Verfügung stellen kann. Und ihr bekommt mit dem Plan im Grunde genommen eine Möglichkeit für euer normales Training, viermal die Woche mit zwei GK Einheiten und einer OK und einer UK Einheit euer generelles Hypertrophie Training zu gestalten. Und ihr habt mit eingebaut, wenn ihr euch innerhalb des Verlaufs des Plans dazu entscheidet, auch die Möglichkeit eine Wettkampfvorbereitung zu machen oder euch auf ein Mock Meet innerhalb eures Trainings vorzubereiten. Und ich habe den Plan halt eben für mich jetzt für die Vorbereitung für den Insanity genutzt. Das ist auf jeden Fall dazu. Alle weiteren Informationen findest du dazu in der Beschreibung. Insofern schau da gerne mal rein, wenn du noch nicht weißt, was der GOKU Trainingsplan ist. GOKU deswegen, weil GK, OK, UK, Ganzkörper, Oberkörper und Unterkörper, alles in einem Wochenverlauf. Und mit dem Plan habe ich auf jeden Fall sehr gute Ergebnisse erzielt. Das auf jeden Fall dazu. In dieser Einheit gehen wir die Opener für den Insanity durch. Das heißt, ich hatte mich ursprünglich relativ konservativ eingestellt. Und zwar hätte ich geplant, irgendwie mit 200 Kilo oder so in der Beuge einzusteigen. Das letzte Jahr war meine Kniebeuge einfach nicht sonderlich parat, war nicht sonderlich gut. Es gibt viele Gründe dazu. Die meisten von euch, die mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich seit einem Jahr mit einer Angststörung zu tun habe. Und das letzte Jahr war im Grunde genommen sehr von dieser Störung geprägt. Aber jetzt sieht die Vorbereitung eigentlich doch wieder ganz gut. Deswegen konnte ich mich doch wieder ein bisschen weiter nach oben orientieren. Und deswegen habe ich für diese Einheit 210 Kilogramm als Opener gewählt, die ich am Insanity, ja, mit denen ich öffnen möchte im ersten Versuch. Und es war auf jeden Fall für mich nicht unaufregend, denn 210 Kilogramm habe ich eben das letzte Mal vor einem Jahr bewegt. Die 200 Kilogramm im Warm-up, die wir jetzt hier leider nicht sehen, sind absolut geflogen. Insgesamt habe ich jetzt doch gemerkt, dass sich sehr viel Ermüdung angehäuft hat. Long story short, heute bin ich in die Einheit gekommen und habe mir überlegt, damn, vielleicht solltest du lieber morgen gehen. Aber egal, wir sind trotzdem in die Einheit gegangen. 200 Kilogramm sind geflogen, haben sich schwer angefühlt an sich in der Bewegung, aber sind trotzdem geflogen. Manchmal ist das so ein komischer Zwiespalt. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt so ermüdet in die Einheit gegangen bin, weil mir das auf jeden Fall jetzt rückblickend wirklich gutes Feedback darüber gibt, wie ich performen kann, selbst wenn ich nicht, ja, wenn meine Leistungsfähigkeit nicht sonderlich hoch ist. Aber der Sinn eines Takers, was jetzt bedeutet, dass jetzt runtergeregelt wird, die letzte Woche vor dem Wettkampf, ist natürlich auch der Sinn dahinter, dass Ermüdung abgebaut wird und dadurch die Fitness steigt. Das heißt, die Hoffnung ist jetzt halt eben, dass die Performance, also das Zwischenstück zwischen Ermüdung und Fitness, das, was am Ende des Tages auf der Platte landet, dass die jetzt zum Wettkampf hin steigt. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, 210 haben sich dann deutlich langsamer und schwerer bewegt, als die 200 zuvor im Warm-Up. Auch da sieht man halt, diese 10 Kilo, selbst wenn 200 fliegen, können definitiv einen großen Unterschied machen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, die jetzt hier im Training nochmal bewegt zu haben als Opener. Ja, wie gesagt, eben weil ich sie so lange nicht mehr bewegt habe und mir das jetzt ein ganz gutes, sicheres Gefühl gibt, okay, die kannst du auf jeden Fall immer packen als Opener. Und da liegt es dann einfach nur an mir, ob ich mich konzentriere oder nicht, ob ich den Lift schaffe oder nicht. So, das zu den Kniebeugen, dann ging es weiter zum Bankdrücken. Da habt ihr jetzt für diejenigen, die das letzte Video gesehen haben mit dem 160 Kilo-Fail auf der Bank, das sind jetzt natürlich nicht die optimalsten Voraussetzungen, eine Woche vor dem Wettkampf oder anderthalb Wochen vorher nochmal einen Max-Bersuch zu failen. Dass das keine kluge Entscheidung war, habe ich auch in dem Video selbst betont. Aber ich hatte einfach Lust drauf, also habe ich es gemacht. Ich habe die Quittung bekommen. Fuck drauf. 150 Kilogramm habe ich mir als Opener gesetzt. Selbe Bedingungen, besonders durch den Fail und durch die Gesamtermüdung, die sich angesammelt hat. Vor allem in den Gelenken, Ellbogengelenken. Diese typischen Aki Pains, die man vor allem während des Winters hat, wenn es kalt wird und so weiter, sind wirklich gut am Start gewesen. Und ja, alles hat sich schwierig angefühlt. Sogar 130 Kilo haben sich schwierig angefühlt. Aber auch hier, selbes Ding. Ich bin froh, auch wenn jetzt die Pause, die ich hier gemacht habe, jetzt nicht ganz optimal war. Aber bin ich auf jeden Fall froh zu wissen, okay, 150 kannst du immer packen, selbst wenn du keinen guten Tag hast. Das zum Bankdrücken, selbes Ding für den Deadlift. An sich hatte ich gar nicht vor, den Opener, und zwar die 230 Kilo, die ich mir angesetzt habe, zu machen. Das liegt daran, dass man klassischerweise eher den Deadlift früher aus dem Taper rausnimmt. Normalerweise jetzt für einen intermediate bis fortgeschrittenen Lifter, dieser wird wahrscheinlich den Deadlift so 10 bis 14 Tage vor dem Wettkampf aus der Vorbereitung rausnehmen, wird zu dem Zeitpunkt am besten schon ein neues OneRam gehoben haben oder nah an seinem OneRam auf jeden Fall das höchste Gewicht bewegt haben. Das war bei mir auch der Fall mit den 240 Kilo. Aber wie das so ist, wenn man mit seinen Homies spricht, während man im Club ist oder unterwegs und die auch noch ein bisschen Hacke sind und einem dann sagen, Pudi, die 240 Kilo, das war maximal RPE8, du musst auf jeden Fall nochmal 250 Kilo im Training heben. Und du weißt eigentlich genau, das ist nicht klug. Tu es nicht, aber die Leute setzen dir Flausen in den Kopf. Und ich muss dazu sagen, Levo, Levent, hat eigentlich, was sowas angeht, eigentlich ein ganz gutes Händchen. Wir erinnern uns, also sein Instinkt ist, was sowas angeht, gar nicht so scheiße. Wir erinnern uns an den Bambel 2016, als er Pascal gesagt hat, Pudi, heb 270, die sind auf jeden Fall drin. Und ich meinte, play it safe, nur 260. Pascal hat die 270 genommen und sie absolut gesmoked. Und deswegen war ich dahingehend ein bisschen biased, auf Level zu hören an der Stelle. Aber ich habe es nicht gemacht, beziehungsweise indirekt. Also eigentlich wollte ich den Deadlift-Opener gar nicht machen, weil du nimmst den Deadlift tendenziell eher ein bisschen früher raus. Ich wollte eigentlich nur ein paar Dynamic Effort Deadlifts machen, also mit weniger Gewicht, aber dafür auf Speed, dass einfach die Bewegung drin ist, dass ich nochmal daran arbeite, wirklich explosiv zu heben. Er hat mir die Flausen in den Kopf gesetzt, 250 zu heben, die ich letztes Jahr auf den Wettkampf gefällt habe. Und ja, dann habe ich mir aber gesagt, okay, ich arbeite mich auf die 250 ran, mache vorher erstmal 230, weil zwischen 230 und 250 den großen Sprung würde ich auf jeden Fall machen, wenn es gut läuft, weil bei mir ist es im Deadlift so, ja, ich weiß, wenn ich gut drauf bin, muss ich einfach nur kräftig dran ziehen. Da ist es scheißegal, ob da ein 5-Kilo- oder ein 20-Kilo-Schritt dazwischen ist. Im Gegenteil, ich muss immer darauf achten, dass ich meinen Lower Back so frisch halte wie möglich, dass ich den nicht so vielen Versuchen aussetze. Deswegen wäre hier mein Plan gewesen, im Wettkampf von 230 auf 250 zu springen. Das war die Idee. Und deswegen, ja, offensichtlich, wenn ich mich auf 250 im Training hier jetzt nochmal rangearbeitet habe, und das war jetzt definitiv eher ein Ego-Ding, zu sagen, okay, ich packe die jetzt nochmal, gegebenenfalls sogar, um die Entscheidung zu treffen, im Opener doch auf 250 zu gehen, standen die 230 an, die wir uns jetzt hier gerade anschauen. Was die ersten beiden Lifts anging, was meine Fitness anging, habe ich einfach gemerkt, heute ist nicht der beste Tag. Dann hatte ich auch ein bisschen Probleme beim Greifen. Hier saß der Griff auf jeden Fall nicht direkt, wie er sollte. Da muss ich nochmal neu ansetzen, was aber auch kein Problem ist wirklich. Aber insgesamt war da einfach zu wenig Saft hinter. Die 230 haben sich sehr, sehr, sehr schwer angefühlt. Deutlich schwerer als die 240 vor einer Woche. Aber auf Kamera sahen sie jetzt gar nicht so schlecht aus. Und auch hier dasselbe Ding. Ich bin ganz froh zu wissen, unter nicht guten Bedingungen, mit den Lifts vorher, und wenn ich ermüdet bin und so weiter, kann ich 230 immer heben. Deswegen bleiben die 230 als Opener. Ich habe jetzt natürlich, dadurch, dass die so schwer waren, nicht nochmal 250 versucht. Wäre absolut dumm gewesen. Insofern hatte Levent hier Unrecht. Tut mir leid, Brody. Vielleicht wäre es morgen gegangen, heute auf jeden Fall nicht. Egal. Auf jeden Fall 210 im Opener, 150 im Opener auf der Bench. und 230 Kilo im Deadlift. Damit lass mich kurz rechnen. One eternity later. Ist das auf jeden Fall ein Total von 590 Kilogramm im Training. Und das nur durch die ersten Opener. Das ist natürlich für mich ein super Wert. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich fühle mich ganz gut vorbereitet. Hoffe jetzt, dass ich diese Woche nicht krank werde, wie ich sehr gerne werde vor einem Wettkampf. Dann steht noch eine Taper-Einheit aus, in der ich ein paar Triples mit 80%, 80 bis 85% der OneRap Max-Werte mache. Die schenken wir uns jetzt aber für die Reihe oder fürs Video. Dann geht's los mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ich sehe euch alle vor Ort. Und wenn euch das Video gefallen hat, hit that Like-Button, share this shit, do whatever with it. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren und mutieren. Peace! Outro 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 Outro